Templin, gelegen im nördlichen Teil Brandenburgs in der Uckermark, inmitten idyllischer Seen und ausgedehnter Wälder. Wasser- und waldreich ist es die Perle der Uckermark, eine Stadt, die zugleich Urlaubszentrum, Kurort und Lebensmittelpunkt ist. Ich kann mich in Templin verwirklichen, weil ich sozusagen in meiner Heimatstadt Kultur für die Bevölkerung machen kann. Das ist eine tolle Aufgabe. Weil ich hier geboren bin, weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich die Firma hier auch die Möglichkeit hatte, die Firma zu gründen und mit einem super Team hier in der Stadt Templin auch die Möglichkeit habe, aufgrund der Rahmenbedingungen, die hier herrschen, dieses Unternehmen im Gartenlandschaftsbau und in der Forstwirtschaft hier zu führen. Ich kann mich in Templin verwirklichen, weil ein starkes, engagiertes Team geschlossen hinter mir steht. Wirtschaft, Handwerk und Industrie finden hier ihren Platz. Templin ist eine Stadt mit Lebenslust, Kultur und Toleranz in niveauvollem Lebensumfeld. Leben und Arbeiten in Templin, in der Perle der Uckermark.